Da, guck mal, Graupel ist das! Halt mal die Hand draus, passiert nichts bei mir. Ja, aber von rechts kommt doch was, ein bisschen. Guck mal. Wenn du dich hier hinstellst, geht es auch. Das hat vorhin nicht so fest angefahren, wie ich am Arbeiten war. Jetzt ist es so richtig runter, dicke. Ich weiß nicht, dass du noch runter wirst. Kommt aus dieser Wolke durch, die gibt doch was drauf. Ich fahre. Ich fahre. Willst du draußen mit dir rauchen jetzt? Hast du Lust ein bisschen runter zu fahren? Ich schließe erstmal mit meinem PC. Es klappt sowieso nicht. Aber eine Sache noch, da würden die Netzwerke, die ich jetzt angegeben habe, unser Router, danach auf dem Router und danach auf dem Vodafone, das hätte der Typ nicht hingefügt. Also es müsste doch bald klappen. Ich glaube, ich hätte es schon mal schalten, dass wir den Virus, ne? Das glaube ich, bis das WLAN sich wieder einrichtet. Das kommt mehrere Tage dauern, das hat mir damals auch einer gesagt. Ich weiß aber nicht wer. Kommst du? Was hast du? Ja. Heute läuft es nicht gut bei uns. Ich weiß. Aber mitten in diesen Körnern da zu stehen, macht doch viel mehr Spaß als jede andere Negativsache. Wenn wir heute zu rauchen, ne? Hier ist noch die letzte Wolke da oben, die abschließend tut. Und jetzt kommt noch eine dunkle Graupelwolke, aber eine ganz kleine. Die ist klein. Guck mal, die von rechts ist viel kleiner. Danke. Die von rechts ist viel kleiner, die hier. Es kostet das gleich schon fünf Minuten. Das ist, weil ja auch kein Wind war. Weil kein Wind war. Weil kein Wind war, kommt ja auch nicht hier rüber. Aber in solchen dünnen, schwarzen Wolken kann sowas auch drin entstehen. Ich schließe es jetzt erstmal. Ich warte, bis er sich das WLAN einrichtet. Ich da wieder verkehrt mache. Den muss ich auch wieder aufladen, ne? Ich hatte damals vor Jahren das PC neu gestartet gehabt. Da habe ich auch irgendwie das WLAN eingerichtet. Ich weiß aber nicht, wie ich das gemacht habe. Entweder habe ich gewartet, bis das angezeigt wird. Weil, bevor ich den Virus drauf hatte, das WLAN wurde mir damals angezeigt. Voll ganz. Virus kann die Daten wegfressen, aber nicht das WLAN, soviel ich weiß. Das WLAN ist immer intrigiert eingespeichert, auch wenn da ein Virus drauf ist. Was ist das, was wir denn noch mal? Ich bin direkt in der Haube von, wie ich es geht. Ich habe jetzt auf die Haube von, wie wir das sind. Ich habe dann auf die Haube von, wie wir das machen. Ich habe jetzt noch ganz die Weising. Ich habe einfach mal ein Beine zu reden. Es ist jetzt doch zugange, obwohl da oben blau ist. Ist ja krass sowas, ne? So, das ist jetzt normaler Regenschauer, oder ist es doch dieser... Ja, das ist jetzt kleiner Graupel. Ja. Und was guckst du dir an? Ja, ja, ja. Lüstiger Name kenne ich gar nicht, aber egal. Oh, da geht diese Reise nur 8-Benütiger. Cool.